Servus, grüßt euch, hier ist euer Franz hier beim weiteren Let's Play Gaben des Kaukossus Um ein bisschen Geld zu verdienen, diesmal fahren wir in die Ahr Silage Schaufeln, schauen wir mal ob die Silage schon reif ist um das man dann Geld verdienen könnte, weil da habe ich mir jetzt den Schottier gemietet Da legt es eh nicht weit, bis Frühmorgen, Tag 2 Die Felder sind noch nicht reif, was wir neu eingesehen haben Manche Fabriken haben noch geschlossen Dass wir da Lohnarbeit weitermachen können Hier ist mal richtig Ah, es ist schon reif, können wir jetzt mal ein bisschen schaufeln Ah, jetzt dauert noch nicht hineinfahren, muss ich das mal nach der Krippe Ah, schon kommen wir schon Gefährlich, gefährlich Okay, so Kann man dann später noch die Gülle verkaufen oder die Felder noch machen damit, mal schauen was wir machen Ich glaube wir werden auch Felder damit güllen, da es doch billiger ist als wenn wir das Saatgut hier bei den Gärtnern kaufen Naja, eine Möglichkeit wäre, ich weiß aber nicht, ob das sich hier mit der Mapverträg den Seedmaster-Platzierbahn rein tun Deswegen ist es so eine Sache Ich bin ja auch gespannt auf der neuen L17-Vision, was dann rauskommt Weil ja für einen 15er ja keine Updates mehr geben soll Ist mir erzählt worden Weil ich einen kennen, der hat da jetzt mal angeschrieben Und der hat das als Antwort bekommen, dass es da keinen Support mehr gibt Und Updates Bin ja noch in Überlegen, soll ich das mir dann im Geschäft kaufen Oder soll ich es mir wieder auf Steam kaufen Ich habe ja zweimal, insgesamt habe ich ja dreimal das gekauft Einmal habe ich es ihm geschenkt Einmal für meinen Rechner Und einmal für meinen selbst erstellten Dedicated Server Einmal für meinen Rechner Deswegen ist es so eine Sache Ob ich mir das noch mal zweimal kaufen soll oder nicht Einmal für meinen Rechner Sooo Haben wir jetzt ganz schön was verdient In den paar Minuten Wie gesagt, wir spielen hier auf Normal Normal ist auf der Karte eigentlich auch schon schwer Wir haben hier schon mal gespielt, die Karte fast komplett fertig gespielt Die ganzen Objekte gekauft Aber das Warenlager Haben wir auch schon gekauft gehabt Nur ein paar Felder haben gefehlt Und es ist da so eine Sache hier auf der Karte Weil Muss man ziemlich aufpassen, nachdenken Sollen wir das kaufen oder nicht Sollen wir das kaufen oder nicht Weil doch viel viel Arbeit drin steckt Weil doch Weil doch viel viel Arbeit drin steckt Weil die Karte sehr sehr toll ist Weil die Karte sehr sehr toll ist Das ist meiner Meinung nach die beste Karte jetzt überhaupt was es auf dem Markt gibt, mit den ganzen Skripten dass man eigentlich so keine speziellen Mods reintun muss dafür, dass man die Sachen hier verwenden kann. Außer halt, da ist so ein Modpack mit die Fahrzeuge für die Früchte für die Früchte und die Früchte durch die Früchte auf der Haare und die Früchte bei der Früchte die Früchte wo der Früchte und die Früchte Ich bin ein bisschen zu schnell am Weg mit der Schaufel Ein klein bisschen zu schnell am Weg Ja Leute, wenn euch dieses Let's Play gefallen hat, dann schaut es wieder rein, würde mich freuen Wenn ihr wieder vorbei schaut, hiermit sage ich Servus, grüsst euch, euer Franz